Yo, was geht? Mein Name ist Janix. Es ist mal wieder Montag und damit Zeit für Mindset Monday. Passt auf, auf wen ihr hört. Passt auf, auf wen du hörst. Das ist eine Sache, die wurde in der neuesten Folge vom Beatbreak-Podcast mit Feige Vara, Shoutout an den Bruder, auch schon angesprochen. Ich wollte das aber noch so ein bisschen vertiefen, weil ich glaube, das ist eine ziemlich wichtige Stelle. Denn das Internet und die ganze Welt und alles eigentlich, das ganze Leben ist voll mit Menschen, die der Meinung sind, dir einen guten Rat geben zu können und die das in der Regel auch gut meinen. Aber die Frage ist, auf wen sollte man hören? Und das ist eine Frage, ja, das ist nicht so einfach. Und gerade im Internet, gerade im Producer-Space gibt es sehr viel Bullshit-Informationen. Nicht jeder Mensch, der zum Beispiel Tutorials macht, ist unbedingt dazu qualifiziert, Tutorials zu machen. Es wird viel schlechte Informationen, es wird viel falsche Informationen im Internet verbreitet. Auch was das Thema Musikindustrie, Verträge, Rechte und so weiter angeht, ist vieles, was so im Internet erzählt wird, auch einfach nicht der Realität entsprechend. Und deswegen solltet ihr euch immer fragen, wenn euch jemand was erzählt, und ich natürlich genauso, wer ist das, was verfolgt der gerade für eine Intention, oder die, die Person halt, was verfolgen die gerade für eine Intention, und was haben die schon erreicht, also was ist die Qualifikation, auf deren Basis die Person mir was erzählen kann. Auf Producer-Grind hat mal jemand, ich weiß leider nicht mehr genau, wer das war, im Producer-Grind-Interview gesagt, only listen to people that you would trade places with. Also, hör nur auf Leute, mit denen du die Position tauschen würdest. Und das ist zwar ein bisschen extrem gesagt, aber ich finde, eigentlich ist das ein guter Gedanke so. Weil, ja, man muss halt immer hinterfragen, auf wen höre ich hier gerade, und woher hat der auch wieder sein Wissen, so. Und wenn zum Beispiel jemand anfängt, euch was über Placements und Verträge zu erzählen, der selber aber noch nie ein Placement oder einen Vertrag hatte, that's bullshit, so, ne. Und, ähm, natürlich können die Leute trotzdem educated sein und so, aber ich möchte halt einfach, dass ihr das hinterfragt, und das geht nicht nur um Producer-Space, sondern das bezieht sich genauso auf eure Eltern, auf eure Lehrer, eure Professoren, eure Freunde, was weiß ich eigentlich, alle, alle Menschen in eurem Umfeld. Fragt euch immer, hat die Person mir auf diesem Feld, an dieser Stelle, wirklich was zu sagen? Weiß die da wirklich was besser als ich? Oder vielleicht auch nicht, und, ähm, es ist trotzdem teilweise sinnvoll, sich auch verschiedene Meinungen anzuhören. Es gibt ja auch ganz viele Dinge, gerade im Bereich Musik, gibt es ja nicht richtig und falsch, es gibt ja nicht die Wahrheit und so. Aber hinterfragt das so, man sagt ja, take it with a grain of salt, so, ich glaub, das gibt's nur auf Englisch, ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll, aber, so, ähm, wenn Leute irgendwas erzählen, dann fress das nicht einfach so, wie sie das erzählen. Und das zählt auch für mich, so, ich hab auch nicht an jeder Stelle immer die Wahrheit und ich hab mit Sicherheit auch schon mal in irgendeinem Video oder irgendeinem Stream Bullshit erzählt, so. Und, ähm, deswegen achtet wirklich drauf, ähm, auf welche Personen ihr euch bezieht und auch zum Beispiel nur, weil eine Person in einem Bereich was Schlaues und Richtiges gesagt hat, heißt das nicht, dass die die Weisheit für alles haben, so. Natürlich haben eure Eltern euch auch schon mal gute Ratschläge gegeben, hoffe ich jetzt einfach mal, äh, für euch und eure Eltern. Ähm, aber das heißt nicht, dass die in jedem Bereich Recht haben, immer so. Und, ähm, Leute haben halt verschiedene Denkmuster, das hat was damit zu tun, wann du aufgewachsen bist, wo du aufgewachsen bist, welcher Generation du angehörst und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man halt hinterfragt, was ist die Motivation hinter dem, was du mir gerade erzählst, warum erzählst du das, ist das vielleicht für dich richtig, aber für mich nicht und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, das war's eigentlich schon, das ist eigentlich alles, was ich, äh, hier an der Stelle sagen wollte. Hinterfragt die Sachen, die euch erzählt werden, überlegt, wer ist das, der mir das hier gerade erzählt und dann verarbeitet das, statt einfach alles, was euch von allen Seiten erzählt wird, stumpf in euch reinzufressen. Weil dann kommt ihr sowieso nirgends an, weil es gibt sowieso zu jedem Thema beide Meinungen. Und, äh, so, also, oder wenn's mehr als zwei gibt, dann gibt es die alle. Und irgendjemand wird euch alles erzählen. Und so kommt ihr sowieso nicht weiter. Ihr müsst irgendwie auch für euch selber entscheiden, was ist jetzt richtig und was ist nicht richtig in Bezug auf Musik, in Bezug auf Business, in Bezug auf alles im Leben eigentlich. Auch in Bezug auf dieses Video und in Bezug auf alles, was ich erzähle. Und so weiter und so fort. Und, ja, das war eigentlich alles. Ich wünsche euch einen schönen Montag. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche. Zieht durch, macht Beats und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.